Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Dieser Film, ein richtig geiler Streifen. Ist ja jetzt ein richtig krasser Zaubertrick. War schon krass, oder? Alter, sogar krass hat der von Philipp in seinem Vlog letztens, vor ein paar Wochen, Monaten heran. Ich zeige euch jetzt den besten Zaubertrick. Das ist vorher. Das ist nachher. Okay Google, erzähle einen Witz. Die letzten Worte der Cobra. Nein, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Der ist doch nie witzig, ey. Also, irgendwie macht man PC komische Geräusche. Ja, fuck! Ich hab jetzt einen Tesla gekauft. Das wird nämlich reich. Ha! Spaß. Ja, wir sind ja nicht zu ab dazu. Wir haben einen Tesla-Store besucht. Wollte ich grad pranken, weißt? Ich wusste gar nicht, dass du deine Kuh hier veröffentlicht hast. Ihr fährt jetzt den Schnee hier in die Gießkanne rein. Von hier. Wow, das war richtig krass. Das ist krass. Das ist meine Kamera? Wieso ist es hier drin? Bist du nicht hier hingekommen? Hä? Also, irgendwie setzt das Wetter richtig komisch hier. Es wird doch immer ein Tag. Auf einmal ist ja wieder Nacht. Und dann ist es Nacht. Schönen guten Tag, Kelsey. Wenn ich euch eine frage, komme ich jemals ins Gefängnis? Ich spüre... Nein. Na, sehr gesendet ich gern ins Geld und Handy. Alter, weißt du, was Nikolas mir gesagt hat? Wenn er was gesagt hat... Was machst du? Keine Ahnung. Alter, was ist das für eine Scheiße? Es ist grad 2.43 Uhr und direkt kam einfach ein Nachbar rüber. Hat hier geklingelt, Alter. 2.43 Uhr nachts. Zum Glück war ich grad noch wach und hab Schlagzeug gespielt, Alter. Aber auch richtiger Dreckster. 21 Stunden. Ich würde aber 8 haben, Niklas. Oh, jetzt ist es weniger, oder? Niklas? Zu langsam, ne? Wieso dreht mir jetzt die Maus da? Kann sein. Sie dreht grad durch. Oh, jetzt ist weniger. Jetzt wieder mehr. Okay, der Vlog ist ein bisschen kurz. Tut mal sehr leid, aber was ist das denn hier gerade? Entschuldigt du mich grad dafür, dass der Vlog kürzer ist, um den Vlog länger zu machen? Na, würde ich nie tun. Der Vlog ist zu kurz. Jetzt kommt jetzt locker jemand rein. Jetzt kann man ja hören, wenn jemand reinkommt. Alter, ich finde es richtig schlimm, dass die Bettler in der Stadt den Becher mit dem Münzen drin immer schütteln müssen. Die müssten mir nicht da unter die Nase rein, dass sie mehr Geld haben als ich. Erzähl mal, was gestern passiert ist. Letztes Jahr haben wir nicht eksperiert. Wir haben gesagt, Alter, ich habe richtig viel Kurs mit dem Typen. Richtig schlimm. Und der Typ hat einfach mehr, wie ich das gesagt habe, hier hinter mir. Hab ich nicht gemerkt, Alter. Da hat er gesagt, ja, oh, 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 Scheiße. Weißt du, was war letztens passiert? Ich wurde entführt von irgendwelchen Drecksteppen. Die haben mir hier in den Raum gepackt, der so aussieht wie mein Zimmer. Hab ich gefilmt? Zeig dir jetzt mal. Okay, ich muss jetzt einen Schlüssel für die Tür finden. Wenn ich einen Schlüssel für die Tür habe, kann ich rauskommen, endlich. Aber wie soll ich einen Schlüssel hier finden? Wo soll ich anfangen zu suchen? Ich muss der Schlüssel werden. Wo würde ich hingehen, wenn ich ein Schlüssel wäre? Hm, wie ist der Schlüssel? Er hat bestimmt jemand im Versteck. Muss ich das so für suchen? Vielleicht finde ich den irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich das so suchen soll. Ich habe irgendwie alles schon abgesucht, aber ich finde... Was war das? Oh mein Gott, da ist ein Buch rausgefallen. Wo kommt das jetzt mal her? Ist das vielleicht ein Hinweis? Ein Geheimfach. Aber das ist leer. Warum fällt das Buch da raus? Das ist ein Geheimfach drin und da ist einfach kein Schlüssel drin. Was ist das denn für eine Scheiß? Ich will einfach am Ende, ich muss einfach was hinsetzen. Machen wir das. Da ist der Schlüssel! Der liegt hier auf dem Stuhl drauf. Der hat einfach einen Abdruck gemacht. Ich kann ja nicht die Tür aufschließen. Tja, Moment. Ist hier kein Schlüssel noch dran? Was ist denn Scheiß, Mann? Wenn dir jetzt ein Video gefallen hat, kannst du mal das Video teilen. Irgendwo. Okay, da hab ich gerade ein bisschen Scheiß gelabbert. Schreib einfach einen Kommentar in dem du sagst, dass du Video teilt hast. Dann kriegst du ein nächstes Video ein. Schaut euch, willst du noch was dazu sagen? Vielleicht, dass deine Videos dann sehr scheiße sind? Was? Ja, du hast niemandem erzählt, dass du einen Zwillingsbruder hast. Ja, aber wir sind gleich Personen. Ja, okay. Tschüss. Was? Zum Fick, Alter. So, du kannst jetzt hier die letzten Videos angucken. Und ich finde es auch noch ganz nice, wenn du mich abonnieren würdest. Einmal doch aufklicken. Tschüss!